wir sind nicht allein ich kann tote menschen sehen ich kann sie riechen die truhe hatte ich mal man es nicht zwei hier ist nur eine kann dann gleich mal zu zeit versuchen den dicken weg zum natzen wo sind wir jetzt ich habe keinen plan mehr welche karte das ist captain brown de brome wo ist der schwein hin was unter diamant jemand ist dort ist da ist gestorben anscheinend hast du das mit in die luft gejagt ja hilf er hat eine kanonkugel geschossen fahre der verdammten ja die kann ich jetzt mal schon gut ich da auch über bord springen das richtige sky ist das schiff mal aufbauen ist auch andere spieler die da auftauchen ja aber ich könnte doch nix tun doch natürlich das open pvp ich sag die können dir doch nix tun diese toten welt nein ich bin nicht wir sind auf see ich war in der toten ich denke ja meine ich doch er ist ja nicht tot er hat geschossen ja darum ging es mir doch gar nicht er hat dich erschossen das war mir schon klar nein hat er nicht und die feis aus da captain jack sparrow wo ich weiß kann ich den irgendwie ich möchte doch mal hinschießen das bin ich tot das kriege ich nicht hin du musst warten bis die welle das schiff absackt und dann musst du schiessen dass du tiefer schiesst so gesagt irgendwie black pearl ne das ist ich treff nicht ich glaube das schaffen wir nicht ich weiß auch nicht ob sich der jetzt mal wieder komplett regeneriert und keiner auf der insel ist ja kommt auch so seine freunde sind einfach blöd welche freunde die skelette da was ist das dicke aber weißt du wo ist denn das blöde ah bist du du bist mann ich bin erschrocken ja ja nein aufnehmen garstiger kopfgeldschädel ja 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 oh ma oh ma oh ma oh ma oh es wird nachts ich bin nochmal weg 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 ja aber ich glaube es ist du tante kann man die klubs abgeben ich bin mir aber nicht sicher oh der gibt sicher gut geld ja ein fluch ja ein fluch weiß ich nicht du hast das schwein getötet ich weiß es hey unschuldig aber er hat es gegessen ich habe es genau gerochen siehste so also wir sind im außenposten oder nö ja ich würde schon jetzt haben wir ziemlich viel an bord ne schädel und okay das schweinchen ist da irgendwie komischerweise verschwunden jo mhm was was ich bin nicht schön dass es scheitfellig ist ey ja ähm wir nehmen wir da vor uns ich tue mit besten plus minus wenn du meinst ist ja lustig danke schön gern geschehen nichts kann sie alleine machen wollen wir auch licht anmachen wieso machst du das ich will doch das segel ich will doch das segel da hat es ja auch noch eins wieso so so le miiio ich halt ausschauen ja ist komische musik ja ich geh gucken das ist nicht schön das wäre jetzt mega schade wenn wir absaufen so le kracke was ähm geisterchef wo wirks neben uns oh 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 müssen wir das abschießen nein ich bin über bord ich bin über bord geschwungen du bist viel zu schnell ja jetzt haben wir ein problem komm zurück ich bin über bord ich bin über bord nein nein da ist eine Meerjungfrau auftaucht die musst du dann anquatschen was für eine Meerjungfrau das ist wenn du zu lange über bord bist es kommt irgendeine Meerjungfrau ich bin unter Beschnuss geh da das zeug zurück bring hau ab ach du scheisse alter ich bin schon zweimal getroffen nein unsere sachen na hab das verkackt klingt zumindest so okay Wasserbruch nein 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 unsere sachen ich glaube diese scheisschädel holen das geisse Schiff aber das könnte sein oh Gott das Schiff ist schon hauptvoll mit Wasser was muss ich mit dieser See uah was ist das da ist was im Wasser wieso dich zurück zum Schiff aber die ist hässlich ja und ich geh unter warte ich komm ich komm nett was was ich bin da ich bin da was muss ich tun Wasser rausschöpfen äh what wir gehen unter nein ich will nicht untergehen wir müssen kämpfen bist du am reparieren reparieren reparierst du bin ja dran ja ich frage ja nur ich weiß ja nicht ich komme hier nicht hoch Einzelparty zwei neue Löcher können wir da nicht gegensteuern mal oh 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 fuck hey das schaffst du fast nicht tauchen und reparieren geht nicht tauchen und reparieren da schlecht wie ist auch das Schiff in dem manövrieren doch ich kriegs wissen leer die da vielleicht irgendwie abhauen könnten ich bin schon bald unten das Schiff ist schneller als wir und dann muss ich das Holz nehmen kannst du das das geht nicht ich hab's gleich leer unten Achtung wir werden gerammt nein 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 nicht jetzt nicht unten leer man jetzt hab ich kein Wasser mehr da diese blöden idioten wie kann ich das Holz nehmen ich weiß nicht wie das sind die Kiste und dann mit Kuh auswählen und die haben wir ich hab ich hab ich hab ich hab ich noch was kaputt ist wo Wasser reindringt drückt halten ich fliege immer weg ich fliege immer weg du ist es bei dir auch so gewesen wir haben Weltaltiger Zippe getroffen oh Gott wir verlieren das nicht was denn das Schiff sicher ja ich versuch's nachher nochmal oh scheisse die sind ja auf Augenhöhe ja nein au oh Gott geht weg da ist ein Schiff draus dem Pfosten oh oh komm 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 Nein 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 nims 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 nimm ihn nicht mich ja was sind die da jetzt gestrahlt ich sehe dich weg rein und was bist du für die truhe ich kaufe sie versuch wenn ich den scheiss schädel doch der ist sicher millionen wert das war's mitgenommen ja ich habe in diesen saffier da das ist okay wo muss ich das verkaufen müssen wir alle schwimmen noch im meer wir haben noch zeit zum holen ich weiß nicht wo verkaufen und schädel bei wundern da irgendwo saffier 1000 ok ich komme die sachen herum alter nein für die will ich jetzt nicht will die sachen die sind scheiss schädel ich will ihn jetzt verkaufen wir hatten ja zwei schädel dabei einen habe ich man war das jetzt krass so jetzt ich hoffe die nimmt das achtung ich möchte doch gerne mehr ich habe ja noch ein eine tour schütt noch das beste wenn noch ein haifisch kommt das doch perfekt ja ja es wäre jetzt einfach perfekt meine güte was für eine fahrt ach so jetzt muss ich ja zum anderen wissen dass da unten ist der zelt da ja ich bin im schauen für einen besseren kessel aber das ist auch nur optisch oder ich weiß es nicht verstoßene eimer da gibt es da noch das steht eben auch nicht weil der eine ist 5500 und dann gibt es die für 1900 müsste doch irgendwie fast besser sein keine ahnung könnte doch irgendwo mich betrinken gehen ich möchte mich betrinken sag mal sind wir hier bei wünscht dir was oder was ja und das lässt du einfach zu dass die sich permanent besäuft ja das muss er ja sonst ist sie ja nicht erträglich da hat er aber irgendwo recht wenn dann will ich neue klamotten ja dann zieh dich mal schön pink an ich muss hier weg ich muss noch mehr saufen das erträglich nicht siehst du weißt du wieso ich saufen gehe ich ertrag den anblick nicht aber ich mache immer ganz schön musik für ihn wo bist du denn hörst du das nödes quietschen ja kann ich mal spielen ich seh nix ich bin besoffen oh oh so wir haben unsere hilfe verloren juhu juhu oh cool wer kotzt da war ich wer wird denn kotzt da ich gut dass wir das geklärt hab ja tschuldigung ich hab nicht gesehen wie lange bin ich denn so drauf tja gute frage tja 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 so reiß dich mal zusammen hier tja 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 mache ich doch immer behaupte ich zumindest bitte nicht ich bin ich denn hier gelandet jetzt bei den hässlichen mehrjungfrauen hast du gesagt nie ich habe mich verstoßen sogar die haben dich verstoßen aber ich bin nicht mehr da jetzt wo wir ich bin da wieder ist aber jetzt unser neues schiff ist ja noch quatschen hallo hallo süße ich verstehe die frage nicht so logisch sie sehen habt neue klamotten an ist von gucci ok bei gucci geklaut natürlich geklauft banana ich bin hier das ganze schiff am durchsuchen das komische aber ich finde nix gefunden du findest immer so sachen nicht das war ein zufall muss jetzt zweimal hingucken auch ein bisschen unter wasser gucken jetzt ab und zu auch welche haben ja das ging schnell dann bist du verschwunden alles klar oh truhe des plünderes holzfass mal die scheiße hier rein wo ist das kanonenkugelgeschisse alles hier bananenfass ist wo ich habe da so farbige kugeln die mache ich da auch rein kannst du machen dass die anderen dich nicht angreifen können das hätten wir doch jetzt voll machen können oder nicht das bei npcs auch geht weiß ich nicht also muss das stehen muss schauen dass auf der kugel steht gibt ja verschiedene Ja, ne?